Yeah, wow. Drei Stunden meines Lebens mit dem Schnitt dieser Folge verschwendet. Bitte einen Daumen hoch. Das war Talent. Ja! Batschuuu! Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zum Heute-Water-Talent. Was geht? Ich habe wieder den echten, den barmherzigen, den einzig wahren, unglaublich erotischen und wunderschönen Stumpf. Unsympathisch TV! Was ist das eigentlich? Was trinke ich hier? Halt einfach mal dein Maul, Fred, ich werde dich meine Ansage machen, du kleiner Dreckjock. Leute, was geht? Wir sind wieder zurück im Heute-Water-Talent. Ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an, Leute. Ihr kennt das Prinzip. Eine Menge, Menge dummer Leute, die eine Menge, Menge dumme Sachen machen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an mit Gitarre spielen und singen. Guten Tag, du kannst Gitarre spielen und singen und dein Mikrofon ist gemütet. Sehr gut, ich bin stolz auf dich. Hallo, ich kann sehr gut singen. Also, ja, ich fange nochmal an. Okay, ich bin gespannt. Ich hätte im Angebot alle meine Entschen. Ja. Du hast du die Regenwürmer Husten. Ich würde gerne die Regenwürmer. Deine Freundin, die kann blasen oder Jan Pellemann Otze? Äh, Jan Pellemann Otze. Ja, Pellemann Otze, Pellemann Otze, Pellemann Otze, 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 ah. Es gibt Menschen, die heißen Meier, wenn es sind, ah. User in your channel was banned from the server. Fängt schon wieder klasse an, das Oster-Talent, Leute. Wer hat zu dir gesagt, dass wir voll gute Leute haben heute? Meine Mods, die haben gesagt, Leute. Die werden dann jetzt entlassen? Du bist Tadl? Ah, ja, ich bin Tadl. Nee, bist du nicht. Fertig. Weiter. Du bist ein Scheiß, Alter. Gebt einen Bann. Ja, du Lugel. Ja, ich glaube, das war's. Leute, lasst einen Daumen hoch, das war's mit dieser wunderschönen Folge von Oster Talent. Auf Wiedersehen, wir sind damit durch. Nein, wir haben hier natürlich noch deutsche Marschlieder, Alter, endlich. So, mach was anständig, was kannst du denn? Ja, ich kann Marschlieder singen, ne? Kannst du das auch anständig sagen, ohne diesen dummen Akzent? Bohnen zu den Sachsen? Was heißt, was meinst du mit dummen Akzenten? Ich komme aus Ostpreußen, aus dem Freistaat Danzig. Achso, ja gut, okay. Soll ich dann anfangen? Ja, bitte. Ja, hörst du mich? Ja. Okay. Alter. Alter. Freddy, wo sind wir schon wieder? Jetzt hab ich von meiner Oma immer gehört, früher, ne? Alte Kameraden auf dem Marsch durchs Land in alter Freundschaft. Ich weiß nicht, ist das nicht verboten, sollte das... Nicht, sorry. Danke, 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 das... Entschuldigung, was? Sind das jetzt... Also, also... Tschüss. Ja, ich glaube, das war ein Lied aus dem Kaiserreich. Dementsprechend sollte das nicht verboten sein, aber... Trotzdem ist es so ein Militarist. Wer hat denn mal einen Kaiser? Ja, ja. Oh, der Kaiser, Hans Beckenbauer. Elefantenzuhälter. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, du Missgeburt. Oh, war freundlich. Was kannst du denn? Äh, ich bin Elefantenzuhälter. Ja, dann erzähl mir mal was. Hättest Elefanten zu? Also Rüssel, oder? Ähm, nö, ich verprostituiere und verkaufe Elefanten. Okay, alles klar. Also, guten Tag. Ganz kurz, warte. Schlongdong von der Elefantenstuchtstation hier. Wollen Sie A, Elefantenfleisch bestellen, B, einen Elefanten adoptieren oder C, elternlose Elefanten auslachen? C. Gut, Sie haben sich für C entschieden. Das ist Petrit. Ich zeige ihn euch kurz. Es ist ein elternloser Elefant. Das ist Petrit, der fette, hässlige Elefant. Seine Eltern haben sich umgebracht, da ihr Kind aussah wie Dena und lachte wie Revinzeit. Spenden Sie jetzt und wir kaufen eine vollautomatische AK, um ihn von seinem Leid zu erlösen und Option A wieder anbieten zu können. Rufen Sie bitte jetzt an unter der Nummer 080088. Halt's Maul und helfen Sie uns, endlich Petrit von seinem Leid zu erlösen. Er ist zulässlich für die Welt und Sie helfen der ganzen Welt damit. Bitte helfen Sie uns, Petrit zu erlösen. Ich fuß Leila und Discord aus der neuen A auf der E-Gestverleuchtung. Auf der E-Gest-Sonderschule, Alter, so. Mach mal direkt weiter. Lena kann singen, das stelle ich jetzt einfach mal in Frage. Lena, du kannst singen. Ich sage, du kannst nicht singen. Lena, wer hat jetzt gesagt? Das haben mir viele Leute gesagt. Okay, Lena, wenn du jetzt gut bist, mache ich dir jetzt ein Angebot, Lena. Wenn du jetzt gut bist, okay, kriegst du instant nach dieser Aufnahme einen Plattenvertrag, der dich bis an dein Lebensende festhält und wir eine Menge Geld mit dir verdienen. Was hältst du davon? Perfekt, dann fang da einfach mal an. Ich hält dich in meine Mitte. Leg dich in jede Figur. Werf dich in jeden meiner Schritte. Ich tanze für dich, wohin du willst. Ich geh rüber ans Fenster, um zu sehen, ob die Sonne noch scheint. Ich hab so oft bei schweren Gewittern in deine Hände geweint. Wie soll ein Mensch das ertragen? Ja, geht nicht. Kann man nicht. Dich all die Tage zu sehen. Ja, geht nicht. Geht nicht. Ohne es einmal zu wagen. Du kannst wirklich singen. Da hat jemand recht gehabt. Das klang sehr gut. Dankeschön. Dankeschön. Ich hab ne Wette verloren. Ja, super. Plattenvertrag klären wir danach der Aufnahme. Du weißt Bescheid. Alles klar. Super, okay. Wusstest du, dass dieses Lied bei so einer YouTube-Startseite beschreibt? Jedes Mal, wenn ich da Leon Machère sehe, dann fang ich auch an zu heulen, Alter. Aber Leon Machère flüstert ja immer nur so. Jungs, heute machen wir einen ganz krassen Tränk. Hey Leute, ich bin's wieder Leon. Was erlauben Sie sich? Mit Schuhen in mein Schlafzimmer? Ich hab geschlafen. Wie ein Vampir. Polizei Hamburg. Polizei Hamburg. Machen wir direkt weiter mit Ich kann Klavier. Geiler Reif. Wenn man mit einem Dingsband kommunizieren kann. Oh, ich kann Klavier. Yeah. Mach einfach weiter. Nicht aufhören. Ich glaube, der hat gerade Orgasmus, Freddy. Boah, Junge, ich kenn das. Wenn ich Klavier spiele, wäre ich immer so spitz. Junge. Ich bin's direkt richtig horny, Alter. Boah, mir geht's in die Brustwarze, Freddy. Spürst du das? Junge, spürst du nicht den Weib? Ja. Das ist sehr gut. Das ist mega gut. Kannst du mir ganz kurz sagen, ob das auch sexuelle Schwingungen auf deinen Körper überträgt, das Klavier spielen? Das Klavier spielen? Ähm, nein. Bist du nackt? Nein. Bist du nackt? Du bist nackt, oder? Du bist nackt. Ja. Jedenfall immer. Er war nackt. Ich wusste es, Mann. Alphastein, Version 2. Oh, nein. Hallo. Boah, was ist das denn? Hallo? Ja? Junge, du hörst dich kein bisschen an wie Alphastein. Warum nicht? Weil du vielleicht sieben Jahre alt bist und in ein Drecksheadset reinschreist. Und Alphastein ist 46 und schreit in ein Drecksheadset rein. Okay. Ja. Jetzt einmal so lustig wie Alphastein. I have a photo. Hat nicht geklappt. Hat nicht funktioniert. Ehrenvoll, kranke Geräusche. Guten Tag, Ehrenfeld ist ein Viertel in Köln. Ehrenvoll, ehrenvoll. 10 Minuten Video schaltest du keine zweite Werbung oder Ehre. Ehren, 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 Ehren. Okay, was kannst du? Äh, ich kann kranke Geräusche, ich kann Tetris Musik und ich kann Modor. Also einen Ferrari Modor. Äh, ein Fer-Fa-Fa-Was? Er kann Mordor, alter, Ferrari Modor. Junge, ich würde gerne die kranken Geräusche hören. Okay, was willst du denn als Essen? Irgendwas, nein, mach einfach. Alter, war das krank. Das war so abgedreht. Ja, okay, das ist, das ist, das ist, das ist Torette eine Krankheit. Ja, das nennt man auch. Gegen den Hals bei sowas. Ja, das ist, gegen den Kehlkopf ein bisschen. So, Nils, du kannst singen. Jo. Jo. Pass auf, ich sing jetzt, Mano, Mano. Gott, ist das... Ich bin einfach fasziniert. Was? Ich grüße Joey Kelly. War's das schon? Nils, den ich mal gekannt hab früher. Lauchpad. Äh, Lauchpad. 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 Spiel mal auf dem Lauchpad. Ja, ich hab Lauchpad. Mach. Ich hab Lauchpad. Krieg wieder Copyright Strike, weil du wieder irgendeinen Popsong auseinander genommen hast, ne? Ich hab, ich hab keinen Popsong auseinander genommen. Ja, komm, mach. Ja, okay, mach ich jetzt, okay? Ja. Ähm. Ja, was? Ah, man hört sogar, wie er drückt. Was? Ja, man hört mich. Ja, mach weiter. Ich hab nen gebrochenen Arm, also sag nichts. Oh! 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 Was? Ja, hör doch einfach. Junge, du bist der beschissenste DJ der Welt, weißt du? Junge, du hörst einfach nach dem Drop aufzuspielen. Verpiss dich, Alter! Nein! Es war gut, du hast Talent. So ein Bastard. Wie kann man denn, wenn man grad Spaß hat, einfach so. Musik aus. Ab jetzt kostet 20 Euro. Der macht vor dem echten DJ und ist dann immer so voll irritiert. Junge, das ist sein Highlight. Nach dem Drop macht er einfach aus. Was? Was? Wer redet da vorne in der Menge? Wer redet da? Ruhe! Alter, du bist ein Klavier? Ja, ich bin ja ein Klavier. Cool. Das klingt doch genauso dumm wie ein Klavier. Es kommt so voll Stone hier rein. Es ist nicht holzig. So, mach mal! Ich bin ein Klavier. Ja, äh, ich spiel einfach ein Klavier. Ja, äh, ich spiel einfach ein Klavier. Ja, äh, ich kann noch was an. Ja. Ich bin ein Klavier. Ich bin ein Klavier. Ich kann noch was über Flaschen erzählen oder ich kann Flaschen werfen. Was wollt ihr? Werf sie bitte einfach nur, ich will nichts von dir hören. Äh, deine Stimme wieder an. Leitz, Quellbrunn oder Bismarck? Kein Problem. Bismarck. Bismarck? Ja, wir hatten eben auch schon Marschmusik. Das passt ganz gut. Wer hat sie jetzt angehört? Super, Dankeschön. Perfekt. Danke an dich, Erweifadeh, dass du hier bist, ne? Superschön. Ja, moin! Alter, ist das ätzend hier. Gut, machen wir weiter mit Ente, die reden und singen kann. Hallo Ente, lol! Erstmal Reaction-Video drauf, geht's, geht's! Kannst du ein bisschen was singen? Moment, warte, stopp! Stopp, stopp! Moment, wo ist der Klavier? Nein! Kannst du, äh, Ed Sheeran's Shape of You spielen? Äh... Moment, ich hab den gemutet. Ähm... Ja, das reicht! Los, los, los! Alter, ja. Ja, Mann, Freddy. Spürst du's auch? Spürst du auch, Freddy? Ich spür's tief drin. Spürst du auch? Wie der Durchfall wieder nach oben. Ja, danke, danke Ente, danke. Das, was, danke. Gut, Leute, ähm, Freddy, wer hat für dich gewonnen? Elefant, oder? Weif... Ne, sagen wir jetzt ehrlich, wer hat für dich gewonnen? Hä? Wer hat für dich gewonnen? Stabile Folge eigentlich, ne? Eigentlich stabil, ja. Ja. Eigentlich das letzte Duo, die haben's schon ziemlich krass gemacht, ne? Ja, okay, gut. Oder? Okay, 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 okay. Ich grüße Levia. Halt's Maul, Alter! Ja. Das hab ich rausgeschnitten, du Arschloch. So, Klavier und Ente, ihr habt gewonnen. Ihr dürft euch jetzt entweder aussuchen. A, Premium auf Revinza.tv-Netzwerk, oder B, ein Essen, wo Sturmwafler euch einlädt. Äh, Premium auf... Nein. Auf Revinzzeit. Freddy, die nehmen beide Premium, alles gut. Premium auf Revinzzeit. Super, okay, schreibt mal euren Namen hier rein, Leute. Das war's für diese wunderschönen Folge, macht's gut. Haut da rein, schau bei Sturmwafler vorbei. Auf Wiedersehen. Bye, 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 bye! Tschüss. Tschüss. Untertitelung. BR 2018